Da in der Ecke versteckt er sich. So, jetzt Bretter. Bretter ran, Werkzeuge ran, Steine. Theodorich geht wieder mal. Ist das das bessere Essen? 100 Prozent, also der ist ja echt stinksauer. Okay. Wenn ich hier einen Sammler mehr mache. Hier ist voll. Da ist voll, da ist voll. Hier ist voll, da ist voll. Wo werden noch Bären gesammelt? 3, 3, 2, 3. Okay, im Moment brauche ich mehr Leute. Muss aber reichen. Kommt. Steinmetz. Du hörst auf hier. Du hörst auf hier. Wir brauchen mehr Sammler. Welche Sammlerhütte? War nicht ganz voll. Wahrscheinlich die auch nicht, oder? Doch. Gut. Ähm, Bretter, Mann. Mann, Mann, Mann. Damdi, dam. Dam, dam. Dam. Dödel, düdel, düdel, dumm. Brote sieht super aus. Wahnsinn. Kommt. Das ist jetzt so lange an den Brettern hängt. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Ein Gesandter, ey, der will schon wieder Truppen von mir. Senden. Boah, 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 boah. Oh Gott, oh Gott. Allgemeine Zufriedenheit. Es fehlt an Essen. Mist. Wieso? Mach das Ding fertig. Bretter. Wir haben so viele Bretter. Steinmetz. Ein unglücklicher Dorfbewohner verlässt uns. Okay, jetzt fängt die Scheiße an. Jetzt wird's kritisch. Steinmetz entlassen. Jetzt sehen wir jetzt so, dass wir die Leute irgendwie glücklich machen. Wir helfen jetzt niemandem. Wir verkaufen jetzt Wein. Und ja. Schauen wir doch mal. Bringt das was? Dann können wir so unsere Leute glücklich machen. 40, 39. Die beschissenen Beeren. Werkzeuge. Hier nehmen wir dich mal raus. Eisen schmelze. Und hier nehmen wir dich mal raus. Köhler. Dann nehmen wir auch mal einen raus. Und hier auch. Mach das Kloster fertig, Leute. Ich werd wahnsinnig. Sammelhütten. Hab ich noch irgendwo Sammelhütten, die nicht voll besetzt sind? Nächste geht. Shit. Wenn ich wüsste, wer das war und was der gemacht hat. Okay, jetzt werden zumindest... ...Bretter geliefert. Meine Soldaten kommen zurück. Auch gut. Und jetzt werden sie mir das... ...Bretter geliefert. Bitte, bitte, bitte. Bären. Ich hoffe, niemand Wichtiges verlässt uns... ...unser Dwarf. Ah, Theodorich, der war schon echt sauer. Aber... ...der ist auch noch sauer. Kann ich die nach Zufriedenheit anzeigen lassen? Sammler, Sammler, Schneider. Oh, hier sind noch einige richtig sauer. Beruf. Vier Arbeitslose, gut. Zwei... Zwei ins Kloster. Und den Rest muss ich sehen. Viehmehl... ...verkauft Kräuter, gut. Von mir aus. Vier Leuten fehlt es an Luxus. Nochmal kurz schauen, wie viel Wein wird denn so... ...im Durchschnitt verkauft. Wein 600. Ein unglücklicher Dorfbewohner verlässt mich. He, ja, scheiße. Kommt, macht das Kloster fertig. Ich brauche den zweiten Schlafraum hier noch. Los jetzt, meine Freunde. Es wird schon langsam Zeit. Ihr müsst jetzt endlich... ...die Klostererweiterung fertig machen. So, Bären... ...werden... ...stückelweise mehr. Geringfügig. Der König wird keine Bären mehr von uns erhalten. Das muss ich jetzt einfach mal so beschlossen. Jetzt klopft's. Hier. Endlich wird gearbeitet. 20 Steine noch. Wir haben jede Menge Steine. Wir könnten noch eine Sammelhütte bauen. Wenn wir schon mal dabei sind. Zum Beispiel hier. Der eine Strauch, der wird sowas von... ...massiv abgeerntet. Oh, bei, hier unten sind... ...zwei an einem... ...ah. Kommt jetzt. Die blöden Steine. Wir haben doch genug. Wir haben doch genug. Holz. Aber Steine kriegt ihr nicht ran, oder was? Das ist aber... ...ärgerlich. Oder etwa nicht. Sonst. Hahaha. Da fehlen immer noch zwei Holz. Ein unglücklicher Dorfbewohner verlässt uns. Okay, ich... ...lasse mal Einwanderung wieder zu. Kleidung haben wir. Brote haben wir. Bären. Naja. 57 Live... äh... ...Bürger. Beinahe hätte ich... ...Live eigene gesagt. Pam pam. Pam pam. Okay. Nein. Theoderich springt die letzten zwei. Und der ist immer noch sauer. Mir fehlte kürzlich... ...essen. Uh. Sammlerhütte. Ran. Hier. Und... ...das Kloster ist fast... ...fast fertig. Ein unglücklicher Dorfbewohner verlässt uns mal wieder. Kleidungsstücke werden langsam... ...weniger. Ja. Uh. Fehlt es mir an Schäfern. Nein. Nein. Auch voll besetzt. Okay. Okay. Warum soll der Verbrauch jetzt so hoch sein? Wir helfen niemandem mehr. Kann ja wohl nicht sein. Wobei Brote... ...hätten wir jetzt wieder... ...mehr als genug. So. Ist die Baustelle jetzt bald fertig. 53. Also... ...steine brauchen wir jetzt echt nicht mehr so viele. Dann gehst du mal raus. Lauren ist eine Frau. Kloster fertig. Na endlich. So. Und du gehst raus. Dann können wir hier im Kloster... ...noch zwei reinpacken. Kräutergarten. Kräutergarten. Imker. Imker. Mönchanzahl 6. Mönchanzahl 6. Mönchanzahl 6. Das sind die Schlafräume. Hatten wir jetzt hier jemanden drin? Hier haben wir... ...auch jemanden drin. Lagerhaus wird besetzt. dishalt рублей arbeitslos. Einen. Da da da! Okay hier machen wir... ...wir bauen noch eine Sammler hütte. Um... ...sammler hütte. Wir könnten noch eine Schäferei bauen. So, ein paar mehr Schafe. Da... Moment, kann ich eigentlich das Fenster kleiner ziehen? Hm, ne. Ah, müsste ich die Skalierung wohl ändern. Also Honig haben wir zumindest. Gut. Unglückliche Dorfbewohner verlassen uns. Das wird doch mit den Bären jetzt langsam besser, Leute. Wie ärgerlich, wie ärgerlich. Mäh, mäh, ja, ja. Warum gerade unsere Bärenproduktion so hinkt, weiß ich nicht. Alain, zwei Arbeitsloser. Entweder haben irgendwelche wichtigen Träger aufgehört, die normalerweise die Bären transportiert hatten. Ich weiß es echt nicht. Langsam fängt es sich wieder. Ein Gesandter. Schon wieder. Leute. Ja, du kriegst Truppen. Meine Fresse. Zack. Honig. Haben wir richtig viel. Wenn wir hier jetzt mal Honig verkaufen. 4 für 60. Also bekommen wir 15 pro Büschel. Äh, pro Büschel Kräuter. 47% eh Leute, das wird doch besser grad. Theodorich, der ist immer noch sauer. Ah, nicht mehr ganz so sauer. Gut. Ich glaube, langsam bessert es sich wieder. So, wie sieht es jetzt mit dem Honig aus? Wird ich nicht verklickt? Hier war der Honig, genau. Diese Woche nichts verkauft. Pamm, 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 Pamm. Tralari und Tralala. Ja, Honig ist jede Menge da, nur am Marktstand noch nicht. Okay, jetzt, jetzt fangen sich die Leute wieder. Es ist auch kein Honig am Markt. Bretter 200, eventuell habe ich Verkauf ab 200 bei Brettern, ja. Bei Steinen habe ich ab 100. Ja, wobei, jetzt kann man auch 200 machen. Ein unglücklicher Dorfbewohner verlässt mich.